32. Selina saß im Fond des großen Mercedes, den wie immer Fritz lenkte, und bekam das Grinsen einfach nicht aus ihrem Gesicht. Vor ihnen ragten die leuchtenden Wolkenkratzer von Caldwell wie die Wächter eines mystischen Zauberreichs in den Himmel. Und sie klebte am Fenster, um den einen ausfindig zu machen, zu dem sie unterwegs waren. 33. Den Höchsten der Giganten, der alle anderen überragte. 34. Ich kann es kaum erwarten, die Aussicht zu sehen, wandte sie sich an Truss. Als er sie nur weiter anstarrte und den Mund nicht aufbekam, musste sie noch breiter lächeln. Truss hatte den Blick nicht von ihr abwenden wollen, seit sie die Treppe heruntergekommen war. 35. Seine Augen wanderten unaufhörlich an ihr auf und ab, über ihre Lippen, ihre Brüste, ihre Schenkel und Waden, wieder zu ihrem Haar, ihrem Gesicht, ihrem Hals. 36. Und seine Erektion presste sich gegen den Reißverschluss seiner schwarzen Hose. 37. Obwohl er sie mal mit dem Jackett, mal mit dem Arm, mal mit einer lässigen Hand im Schoß verbarg, 38. War sie sich seiner Erregung bewusst, als wären sie beide nackt? 39. Sie beugte sich zu ihm rüber, ganz nah. 40. Bekomme ich einen Kuss? 40. Ich weiß nicht, ob ich mich dann noch zurückhalten kann. 41. Klingt ja bedrohlich. 41. Sie streckte sich ein Stückchen weiter und biss ihm zärtlich ins Ohrläppchen. 42. Gefährlich! 41. Ein Stöhnen entrang sich seiner Brust. 42. Selene hatte noch nie etwas derart Erotisches vernommen. 43. Vielleicht sollten wir uns der Sache annehmen. 44. Als sie die Hand nach seinem Schoß ausstreckte, zuckte er zusammen und fluchte. 44. Heißt das, ja? 44. Während er sich an der Sitzbank festhielt und sich an ihrer Hand rieb, 45. Schielte sie zu Fritz, der sich auf den Verkehr konzentrierte. 45. Der Mercedes war so groß, dass er weit von ihnen entfernt war, 45. Und sein altes, faltiges Gesicht wirkte beschäftigt. 46. Vielleicht konnten sie... 46. Ohne die dunklen Augen von ihr zu nehmen, tastete Tress an der Tür herum. 47. Eine Sekunde später ertönte ein Summen und eine blickdichte Trennwand fuhr nach oben. 47. Und verbarg sie vor den Blicken ihres freundlichen Chauffeurs. 48. Wir haben nicht viel Zeit, sagte sie und schob seinen Arm zur Seite. 49. Werde ich nicht brauchen. 49. Er zog ein weißes Stofftaschentuch aus der Brusttasche und schüttelte es auf, 49. Während sie seine Erektion befreite. 49. Sie überlegte kurz, ob sie ihn mit dem Mund umschließen sollte. 50. Doch er nahm ihr Gesicht in die Hände und stieß mit der Zunge in ihren Mund, 51. Wo er auf ihre traf. 51. Er war hart und heiß, samtig und dick. 52. Und sie schlang die Hand um seinen Schaft und ließ sie an ihm auf- und abgleiten. 53. Je schneller sie pumpte, desto wilder wurde der Kuss, 54. Bis sein Becken nach oben schoss, sich seine Brust aufbäumte 53. Und sie genauso außer Atem war wie er. 53. Als er kam, schrie er ihren Namen und bedeckte sich mit dem Taschentuch. 54. Und sie war so erregt, so benommen von seinem Kuss und seinem Geschlecht in ihrer Hand, 54. Dass auch sie zwischen den Beinen ganz feucht wurde, 55. Als Reaktion auf das, was sie tat, 55. Obwohl es viel weniger war, als sie beide wollten. 55. Ihr eigener Orgasmus kam überraschend, 55. Aber sie hieß ihn willkommen und gab sich den lustvollen Zuckungen hin. 55. Verstärkte sie, indem sie die Schenkel aneinanderpresste und sich vor- und zurückwiegte. 56. Und die ganze Zeit über bearbeitete sie ihn weiter, 56. Mit wachsendem Druck zur Spitze hin. 57. Auf und ab, immer im gleichen Rhythmus. 57. Als es schließlich vorbei war, sackte Truss gegen die Rückbank, 57. Die Leder gesenkt, die Lippen geöffnet. 58. Und sein Kopf rollte auf die Seite, als hätte er nicht die Kraft, ihn zu halten. 59. War das ein Quickie? flüsterte sie. 60. Presste ihre Brüste an ihn und küsste ihn. 61. Ehe er antworten konnte, strich sie mit der Zunge über seine Unterlippe 61. Und saugte sie in ihren Mund. 61. Dann beugte sie sich zurück. 61. Hm? Nennt man das so? 62. Vorsicht, meine Lieber! 63. Sonst vögle ich dich aus diesem Kleid. 63. Wäre das so schlimm? 63. Wenn dich ein anderer Mann nackt sieht? 64. Ja. 64. Er lächelte und fuhr mit einem seiner Fänge über ihre Unterlippe. 64. Ich bin recht besitzergreifend. 64. Und du bist immer noch recht hart. 65. Er umfasste ihren Nacken, zog sie an sich und küßte sie stürmisch. 65. Eben hatte sie noch den Ton angegeben. 66. Doch jetzt übernahm er die Führung und schob eine Hand zwischen ihre Beine und nach oben. 67. Immer weiter bis zu ihrer... 67. Sie kam, als sich seine Finger in sie senkten, 67. Und wurde von einer lustvollen Woge nach der anderen überspült. 67. So ist es recht, meine Königin, hörte sie ihn wie aus weiter Ferne sagen. 68. Tu's für mich! 69. Komm! 69. Sie hatte keine Ahnung, wie oft er sie mit seinen talentierten Fingern erschaudern ließ. 69. Doch irgendwann bemerkte sie, dass der Mercedes abbog und sie auf dem Sitz verrutschte. 69. Mit trübem Blick sah sie durch das getönte Fenster und stellte fest, dass sie vom Highway abfuhren 69. Und schon bald in das komplizierte Geflecht von Straßen eintauchen würden, das die zahllosen Wolkenkratzer verbannt. 69. Ich habe deinen Lippenstift verschmiert, sagte er zufrieden, während er sich säuberte. 70. Hast du den dabei, damit du das ausbessern kannst? 70. Jetzt war sie es, die ihn verwundert ansah. 71. Ich muss nachsehen. 71. Sie fingerte an dem schmalen, schwarzen Täschchen herum, das Marissa ihr gegeben hatte. 71. Ja, sie haben mich bestens versorgt. 71. Als hätten diese Frauen genau gewusst, welche Probleme auftauchen könnten. 71. Lagen ein Päckchen Taschentücher darin. 71. Der Lip-Liner, von dem sie jetzt wusste, wie man ihn auftrug, und der geniale rote Lippenstift. 71. Da oben ist ein Spiegel. 71. Truss griff mit seinem langen Arm über ihren Kopf und klappte etwas von der Decke runter. 71. Mit Beleuchtung. 71. Sie sah in den Spiegel und musste lachen. 71. Ja, ich glaube, du hast alles weggewischt. 71. Mit einem Taschentuch entfernte sie die letzten Reste und versuchte dann vorsichtig, eine Linie um ihre Lippen zu ziehen, 71. Während sie eine Straße entlang fuhren, die einigermaßen, aber nicht vollständig eben war. 71. Mist, sagte sie und zog das nächste Taschentuch heraus, nachdem der rosafarbene Strich Richtung Nase ausgebrochen war. 71. Nächster Versuch. 72. Doch Truss nahm ihre Hand und führte sie nach unten. 73. Sie sah ihn an. 74. Seine tief empfindsamen Augen schienen sich alles einzuprägen, was er sah. 74. Den brauchst du nicht, sagte er. 75. Ohne gefällst du mir ohnehin besser. 75. Selina lächelte schüchtern. 76. Ja? 76. Ja. 76. Sein Blick wanderte an ihr herab und wieder nach oben. 76. Du siehst fantastisch aus. 77. Heute Nacht bist du die schönste Frau dieser Stadt. 77. Und wenn wir in das Restaurant kommen, werden die Kellner ihre Tabletts fallen lassen. 77. Aber weißt du, wie du mir am allerbesten gefällst? 77. Er sah sie an und sie musste schlucken. 77. Wie? 77. Wie? flüsterte sie. 77. Am liebsten gefällst du mir so, wie du geboren wurdest. 78. Perfektion lässt sich nämlich nicht besser machen. 79. Weder durch Kleidung noch durch Make-up. 79. Er küsste sie sanft. 79. Ich dachte, vielleicht möchtest du wissen, was deinem Mann durch den Kopf geht, während er dich ansieht. 79. Selina lächelte. 80. Ich liebe dich. 80. Diese Worte konnte man sagen, ohne auch nur eines laut auszusprechen. 80. Das wusste sie nun. 81. Siehst du, flüsterte sie. 81. Ich habe dir doch gesagt, dass das die beste Nacht meines Lebens wird. 82. Rage saß neben Manny im Rettungsfahrzeug und aß Nacho-Chips aus der Tüte 81. Und musste dem Chirurgen aufs Entschiedenste widersprechen. 81. Ich habe nichts übrig für diese ganzen neuen Geschmacksrichtungen. 81. Für mich gibt es nur das Original. 82. Du weißt nicht, was du verpasst. 82. Manny setzte den Blinker und fuhr vom Highway ab. 83. Ich kann gar nicht glauben, dass du so engstirnig bist. 83. Ausgerechnet bei einem Grundnahrungsmittel. 84. Aber das ist es doch gerade. 84. An einem solchen Geschmack des Himmels pfuscht man nicht herum. 85. Er neigte die Tüte und blickte hinein. 85. Mist. Die großen Chips gingen zur Neige. 85. Der Rest waren Brösel und dieser geniale orange Staub. 85. Was nicht hieß, dass er ihn nicht essen und sich die letzten Reste aus der Tüte in den Mund kippen würde. 85. Aber das war eine eher unangenehme Fummelei. 86. Mampfend richtete er den Blick auf den schwarzen Mercedes vor ihnen. 86. Ein Gefährt so groß wie ein Schiff, wie es normalerweise Diktatoren aus der dritten Welt fuhren. 86. Mit den getönten Scheiben fiel es eher auf, als diskret zu sein. 87. Spaßenshalber stellte Rage sich vor, was die Menschen denken würden, wenn sie wüssten, dass Vampire darin säßen. 87. Chauffiert von einem jahrhundertealten Butler mit einem Bleifuß, bei dem selbst Jeff Gordon vor Neid erblasst wäre. 87. Fahren wir hier rechts? fragte Rage an einer Kreuzung. 87. Das ist eine Einbahnstraße. 87. Sag ich ja. Fahren wir rechts? 87. Manny sah ihn an. 88. Willst du unbedingt in den Knast? 89. Wir sitzen in einem Krankenwagen. 89. Ja, aber die vor uns nicht. 89. Ach ja, stimmt. Mist. 90. Oh Mann, ich würde so gern mit Blaulicht fahren. 90. Doch sobald er das ausgesprochen hatte, zog sich sein Brustkorb zusammen. 89. Und er musste das Fenster runterfahren, um Luft reinzulassen. 90. Hast du gerade mit deinen Nacho-Fingern an meine Tür gefasst? 90. Raid schrubbelte den grellorangen Fleck mit dem Unterarm weg. 90. Nö. 91. Sie klebten wie eine Briefmarke an Fritz' Stoßstange und bogen nach links ab. 91. Weg vom Fluss. 91. Dann wieder nach rechts, direkt ins Herz des Bankenviertels. 91. Hier gab es keine schmutzigen Gassen, keine Müllcontainer, keinen Matsch, nicht einmal in den feuchten Monaten, keinen stinkenden Abfall von Billigrestaurants. 91. Sie waren im schicken Viertel der Stadt angekommen, wo Anzugträger herumwuselten wie auf einem Ameisenhaufen, jeder auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz, um dringende Aufgaben zu erledigen. Der Wolkenkratzer, der das Circle the World beherbergte, war erst vor wenigen Jahren fertig geworden. Die Bauträger brüsteten sich damit, das höchste Gebäude in Cordwell erbaut zu haben. Hier saßen die Hauptvertretungen vieler großer Unternehmen. Doch für Rage war es nicht mehr als ein Aktenschrank für Menschen. Jeder steckte hier in seinem eigenen kleinen Schlitz. Schnarch. Alles okay bei dir? Rage sah Manny an. Wie? Was ist los? Nichts. Warum ist du dann nicht weiter? Die Tüte ist doch noch nicht leer. Rage sah hinein. Die Brösel waren noch da. Doch er hatte keine Lust mehr darauf. Ähm. Achtest du plötzlich auf dein Gewicht? Ja, genau. Er knüllte die Packung zusammen und hinterließ orange Fingerabdrücke darauf, als hätte er sie durch seine rohe Behandlung zum Bluten gebracht. Nur, dass das Blut orange war. Dann saß er da, mit orangen Händen. Scheiße, ich habe nichts zum Abwischen. Machst du Witze? Manny warf ihm eine Verbandsrolle hin. Mit den Vorräten in diesem Wagen können wir die halbe Stadt polieren. Rage wickelte den Verband ab, putzte sich die Hände ab und stopfte ihn dann in den Mülleimer, der zwischen den Schalensitzen an den Boden geschraubt war. Mittlerweile kamen sie auf das gläserne Gebäude zu und Manny wurde langsamer. Als Fritz vor dem erleuchteten Eingang anhielt und die Bremslichter des Mercedes aufleuchteten, parkte Manny auf der anderen Straßenseite. Kurz darauf stieg Truss aus und ging um die Limousine herum. Der Wind fuhr in seinen Sakko, ehe er es zuknöpfte. Und einen Moment lang konnte man die zwei Vierziger sehen, die er unter den Armen trug. Mit einer galanten Bewegung öffnete er Selena die Tür. Und als sie ausstieg, flatterte ihr sagenhaftes Haar im Wind wie eine dunkle Flagge. Ein hübsches Paar, meinte Manny leise. Sie sieht nicht einmal krank aus. Ich weiß. Truss bot ihr den Arm an und führte sie die grauen Granitstufen empor. Ein Menschenpaar, das durch die Drehtür kam und an ihnen vorbeilief, blieb stehen und glotzte. Manny, ja, du musst ihnen helfen. Du musst ein Heilmittel für sie finden. Manny stieg aufs Gas und der getunte Motor kam wieder auf Touren. Langsam fuhren sie um den Block. Hast du gehört, fragte Rage. Ja. Manny atmete tief durch. Weißt du, was der schwerste Part ist, wenn man Medizin studiert? Biochemie? Nein. Anatomie, weil es so eklig ist? Der Blinker klickte, als sie links um den Fuß des Wolkenkratzers bogen. Nein. Der schwerste Part ist, zu verstehen, dass es Situationen gibt, in denen man nichts tun kann. Rage rieb sich die Augen. In seinem Unterbewusstsein regte sich etwas, an das er nicht erinnert werden wollte. Rage? Wie? Du hast da gerade ein komisches Geräusch von dir gegeben. Sie waren nun hinter dem Wolkenkratzer angekommen und Manny wendete schulbuchmäßig im Lieferbereich, bis das Gefährt mit dem Heck zum Gebäude stand. Dann stellte er den Motor ab und wandte sich Rage zu. Geht es dir auch sicher gut? Oh, ja. Alles top. Du siehst nicht gut aus. Und schau mal, was ich trage. Arztkleidung. Weißt du, was das bedeutet? Dass du gern im Schlafanzug rumläufst? Dass ich Arzt bin und weiß, wovon ich rede. Jetzt mal keine Panik, Doktor. Einen Moment lang herrschte Schweigen. Einen ziemlich langen Moment. Schließlich sagte Manny, Es gibt nichts, was ich nicht tun werde, um ihr zu helfen. Nichts. Jetzt drehte Rage sich auf seinem Sitz. Das wollte ich hören, Dok. Aber man sollte nicht auf Wunder setzen, Hollywood. Das ist eine gefährliche Wette. Bei Mary und mir hat es funktioniert. Als uns nur noch ein Wunder retten konnte, ist es passiert. Manny starrte aus dem Fenster und schien nichts von der dunklen Straße draußen zu sehen. Ich bin nicht Gott. Genauso wenig wie Doc Jane. Rage sank in seinen Sitz zurück. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Sie müssen einfach hoffen. Als die Schiebetür seiner Zelle in die Wand glitt, wirbelte A.M. herum. Doch es war noch immer nicht Essex. Und es war auch kein zweites Bett. Und es waren auch nicht noch mehr Bücher, die er nicht lesen würde. Oder Decken, die er nicht brauchte. Oder Kissen, die ihn einen Scheiß interessierten. Es war dieses Dienstmädchen. Schon wieder mit Essen. Oh Mann! Fauchte er und warf die Hände in die Höhe. Wo bleibt Essex? Die Mation sagte nichts. Sie kam mit ihrem Tablett in die Zelle und die Tür schloss sich hinter ihr. Als sie sich hinkniete, flippte er fast aus. Er hatte große Lust, das Tablett zu packen und gegen die Wand zu knallen. Aber die Mation konnte nichts dafür. Sie war nicht schuld daran, dass Essex ihn übers Kreuz gelegt hatte. Und es brachte ihn auch nicht weiter, dieses arme Dienstmädchen zu terrorisieren. Dadurch würde er nicht freikommen oder könnte zu Trust zurück. Diese Mation trug genauso wenig Schuld an seiner Situation wie er. Er seufzte und ließ den Kopf hängen. Es dauerte eine Weile, bis er sich einigermaßen gefangen hatte. Tut mir leid. Ihr Kopf schnellte hoch. Und einen Moment lang wünschte er, er könnte ihre Augen sehen. Erst recht, als ihn ihr Duft erreichte. Wie waren sie geformt? Waren sie so dunkel wie seine? Wie sahen ihre Wimpern aus? Was sollten diese Gedanken? Gewaltsam riss er den Blick von ihr los und begann umherzugehen. Ich muss hier raus. Die Zeit läuft mir davon. Sie neigte fragend den Kopf. Nein, dachte er, damit befasse ich mich nicht. Schließlich nickte er zum Tablett. Wenn du das hier lassen willst, spüle ich es die Toilette runter. Du sollst keine Schwierigkeiten bekommen, weil ich nicht esse. Da brach sie ihr Schweigen. Es ist nicht vergiftet. Aus unerfindlichen Gründen hauten ihn diese vier banalen Worte beinahe um. Ihre Stimme klang tiefer als erwartet. Zu ihrer untergebenen Haltung hätte besser eine höhere, weiblichere Stimme gepasst. Doch ihrer hatte eine rauchige Note, bei der er unweigerlich an Sex denken musste. rohen Sex. Die Sorte, bei der Frauen heiser wurden, weil sie den Namen ihres Liebhabers so oft hinausschrien. I am blinzelte. Auf einmal hatte er das dringende Bedürfnis, seinen nackten Körper zu bedecken. So ein Unsinn! Schließlich hatte er die ganze Zeit über gewusst, dass sie eine Frau war. Und bisher hatte er auch keine Kleidung getragen, wenn sie da war. Dennoch gab er dem Impuls nach, ging hinter die Trennwand und nahm sich ein Handtuch von dem Stapel, den man neben die eingebaute Wanne gelegt hatte. Er schlang es sich um die Hüfte und hätte sich am liebsten dafür entschuldigt, dass er je nackt vor ihr herumgelaufen war. Als er hinter der Wand hervortrat, kostete sie wieder Suppe und Brot vor seinen Augen. Du kannst aufhören, sagte er. Ich werde nicht essen. Warum? Wieder diese Stimme. Auch wenn es diesmal nur ein Wort war. Ich muss hier raus, mummelte er. Aus so vielen verdammten Gründen. Ich muss raus hier. Wartet da draußen etwas auf euch? Er dachte an Tress und Selena. Nur der Tod. Kein großes Ding, weißt du. Wie bitte? Hört zu. Ich muss mit Essex reden. Dringend. Hast du es ihm gesagt? Obwohl sie natürlich keinerlei Einfluss hatte. Wessen Tod? Ist doch egal. Wer stirbt? Nicht euer Bruder. Oder? Bitte. Geh und lass mich allein. Es sei denn, du bringst mir Essex. Wer? Wer? Es war verblüffend. Dienstmädchen hatten nicht gebieterisch zu sein. Doch genau so klang sie gerade. Allerdings war er dermaßen aufgewühlt, für die Gefährtin. Für die Gefährtin meines Bruders. Das Dienstmädchen. Das Dienstmädchen hobruckartig den Kopf. Aber er ist der Prinzessin versprochen. Oder nicht? Ich hörte, dass er der Geseibte ist. Er hat sich verliebt. I am zuckte die Schultern. So etwas kommt vor. Habe ich zumindest gehört. Und sie stirbt? Es geht ihr nicht gut. Wieder lief er auf und ab und spürte, wie ihm ihr Blick hinter dem Schleier folgte. Deshalb muss ich hier raus. Mein Bruder braucht mich. Der Scharfrichter trauert. I am sah sie an. Dann zog er weiter seine Kreise durch die Zelle. Ich weiß. Aber er konnte mich auch draußen treffen. Jetzt hat er nicht mehr so weit zu laufen. Aber das ist das Problem. Er war verschwunden. Niemand wusste, wo er steckte. Der Palast bestand darauf, dass er sich der Königin widmet. Seitdem ist er bei ihr. Mist. Was war er doch für ein Glückspilz? Aber es gibt Pausen zwischen den Ritualen. Oder kannst du ihn da erwischen? Tja, vielleicht kann ich dich zu den Aufzeichnungen bringen. I am wandte langsam den Kopf. Was hast du gesagt? Es war die längste Aufzugfahrt seines Lebens. Tress stand neben Selena in einer gläsernen Folterkammer, starrte beherzt auf die Tür vor seiner Nase und betete um eine Zeitkrümmung, die ihn aus diesem Ding befreite. Und zwar sofort. Sein Blick war auf die leuchtende Anzeige über der Tür aus Edelstahl geheftet. Die 44 leuchtete noch nicht, weil sie sich gerade an jenem rasanten Teil der Reise befanden, wo der Magen in die unendliche Tiefe stürzte. Schau doch mal raus, rief Selena und drehte sich zur großen Glaswand. Das ist so schön! Ein kurzer Blick über die Schulter und er hätte fast gekotzt. Seine bezaubernde Königin war nicht nur an die Scheibe getreten, sondern hatte ihre Hände dran gelegt und lehnte sich der schwindelerregenden Aussicht entgegen. Tress konzentrierte sich schnell wieder auf die Tür. Fast da! Wir sind bald oben! Können wir noch einmal runter und dann wieder hoch? Ich frage mich, wie die Fahrt nach unten ist. Vielleicht war es wirklich keine schlechte Idee, noch einmal runterzufahren. Ihm war nämlich, als hätte er seine Mannhaftigkeit unten vergessen. Tress? Sie tippte ihm auf den Unterarm. Schau dir das an! Oh, ja, wow, unglaublich! Sie würden es nie in den 440. Stock schaffen. Erst recht nicht in den 15. Billionsten, wo das beschissene Restaurant lag. McDonald's, dachte er. Warum hatte sie nicht zu McDonald's gewollt? Oder Pizza hat? Taco Hell! Piep! Als er das Geräusch hörte, wappnete er sich für einen Die-Hard-Moment, wo irgendein Superhirn in einem maßgeschneiderten englischen Anzug das Dach wegsprengte. Aber es passierte nichts. Piep! 45! Piep! 46! Und noch mehr frohe Kunde, während sich die Fahrt in den Himmel verlangsamte. Tress? Hm? Stimmt etwas nicht? Ich freue mich nur so auf das Essen. Gütiger Himmel! Ich kann es kaum erwarten! Sie hängte sich bei ihm ein und legte den Kopf an seinen Trizeps. Du weißt wirklich, wie man eine Frau behandelt? Das konnte man wohl sagen. Zum Beispiel wusste er, dass es unromantisch geworden wäre, wenn er sich in Embryonalstellung begeben und am Daumen genuckelt hätte, nur weil er unter höllischer Höhenangst litt. Bing! Die Tür fuhr zurück. Was für eine Erlösung! Und jetzt reiß dich zusammen, du Weichei, und kümmere dich um deine Frau, ermahnte er sich. Er lächelte sie an wie Cary Grant plus Fänge und führte Selina aus der Todesfalle in eine Empfangshalle aus schwarzem Marmor. Eine schreckliche Sekunde lang musste er an die Sispe denken. So viel glänzender Stein an den Wänden, Böden und Decke, eingelassene Lämpchen hoch über ihnen, sonst nichts. Tress? Er riss sich aus seinen Gedanken und lächelte sie an. Bist du bereit? Oh ja! Ein schwarzer Pfeil auf schwarzem Grund deutete diskret in Richtung Restaurant. Dabei hätte er mit seinem scharfen Gehör und Geruchssinn ohnehin hingefunden. Auf dem Weg kam ihnen ein menschliches Paar entgegen und mit jedem Klappern ihrer Absätze stieß die Frau Verwünschungen aus. Keine Reservierung, zischte sie. Wieso hast du nicht reserviert? Der Mann neben ihr blickte starr geradeaus, wie man es so machte, wenn man im Bus neben einer Dreijährigen gelandet war. Ich fasse es nicht, dass du nicht reserviert hast, abgewiesen, vor all diesen Leuten. Während sie schimpfte, fielen die Augen ihres Begleiters auf Selina. Der arme Kerl zuckte ehrfürchtig zusammen, als wäre ihm ein Engel erschienen. Nachdem Truss seinem inneren gebundenen Vampir erklärt hatte, dass das viele Tieren vorbeikommender Idioten kein angemessenes Entree darstellte, fiel ihm siebenteils ein, das auch er nicht reserviert hatte. Scheiße! Er hatte völlig vergessen, Fritz damit zu beauftragen. Zwar konnte er in die Köpfe von Menschen dringen, selbst in den eines schnöseligen Mähtres, aber dadurch bekam er auch keinen freien Tisch. Ah! Weißt du, ich habe gehört, das Essen hier ist gar nicht so gut, sagte er wie betäubt. Das ist in Ordnung. Ich bin vor allem wegen der Aussicht hier. Es gab kein Hinweisschild am Circle the World. Wer fragen musste, brauchte offensichtlich gar nicht erst reinzukommen. Der Eingang war eine Flügeltür aus Rauchglas, von der Breite und Höhe eines eingeschossigen Hauses. Truss zog am schwarzen Griff eines Flügels und ließ Selena den Vortritt. Äußerste Zurückhaltung. Das war sein erster Eindruck von dem Restaurant. Wohin man auch sah, glänzte es schwarz. Die Tische, die geometrischen Stühle, die eckigen Säulen, die die Decke trugen. Keine Blumen, keine Kerzen, nirgends etwas Überflüssiges. Und hinter den Fenstern die schwarze Nacht, sodass es aussah, als gäbe es keine Grenzen zwischen Speisesaal und Himmel. Das einzig Schnörklige waren die spiralförmigen LED-Leuchten, die an schwarzen Drähten von der hohen Decke hingen und sich an den glänzenden Oberflächen spiegelten. Ach, und die Sopranssängerin in der Ecke, deren wohlklingender Gesang durch das Restaurant schwebte. So etwas habe ich noch nie gesehen, hauchte Selena. Es ist, als wären hier überall Sterne. Er sah sich um. Ja. Okay. Wo war der Kerl im Pinguinanzug, der dafür zuständig war, Leute mit dicken Börsen abzuweisen? Es gab kein Empfangspult, nur zehn Meter schwarzen Teppich bis zur ersten Reihe minimalistischer Tische. Sie schauen uns an, flüsterte Selena. Tress runzelte die Stirn und betrachtete die Gäste. Tatsächlich schienen alle aufgehört haben zu essen und blickten in ihre Richtung. Wie aus dem Nichts eilte eine Frau auf sie zu. Passend zum Dekor war sie ganz in Schwarz gekleidet. Selbst ihr hagelich mit einem schwarzen, glänzenden Helm. Einen wunderschönen guten Abend, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln. Willkommen im Circle the World. Noch drei Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Zwei. Eins. Ja, also, ich habe nicht angerufen. Aber natürlich, Mr. Latimer, das haben sie. Ihr Sekretär, Mr. Permutter, hat angekündigt, dass sie uns heute beehren würden. Wir heißen sie an einem unserer Fensterplätze willkommen. Puh. Danke, Fritz. Retter in der Not. Offenkundig hatte er von ihren Plänen gehört und die Sache in die Hand genommen. Strahlend folgte seine Königin der Kellnerin durch das Restaurant. Tress sah, dass sie eine riesige Drehschebe betreten hatten. Das gesamte Restaurant rotierte langsam um die Mittelachse, in der sich Aufzug und Küche befanden. Sie wurden bis ganz an den Rand geführt, an einen Tisch für zwei, der direkt an die Fensterfront anschloss, vor der sich die ganze Stadt ausbreitete, ungefähr 100 Kilometer unter ihnen. Zeit, sich zu setzen, dachte er und betete, dass seine Gummibeine ihn noch hielten, bis er seine Königin ordnungsgemäß an den Tisch gesetzt hatte. Er zog Selene einen Stuhl zurecht und mied den Blick zum Fenster, als er um den Tisch herumging und auf seinen Stuhl fiel, der hart wie Stein war. Die Kellnerin deutete mit blasser Hand über den Tisch auf die verdammten Fenster. Diese Aussicht wird ihre Speisen würzen. Nein, eher verderben, Süße. Sie wandte sich dem Restaurant zu. Unser Interieur ist der Nacht nach empfunden, der perfekte Hintergrund, um sich von unserer Küche verwöhnen zu lassen. Als sie allein waren, drehte sich Selene der Aussicht zu. Es ist unglaublich. Die Lichter in den Gebäuden, sie sind wie wie gefallene Sterne. Truss wischte sich die schweißnassen Hände an einer Serviette trocken. Dann nahm er all seinen Mut zusammen und blickte zur Fensterfront. Und es war tatsächlich so schlimm wie befürchtet. Das Glas war so sauber, dass ihn nichts von einem tödlichen Sturz zu trennen schien. Und da es keinen Sims gab, reichte ein kurzer Blick, um ihn gedanklich in den Abgrund fallen zu lassen. Zeit, sich die Stirn zu topfen. Truss? Sie sah ihn an. Ist alles gut? Er riss sich zusammen, langte über den Tisch und nahm ihre Hand. Habe ich dir schon gesagt, wie schön deine Hände sind? murmelte er. Ihr Lächeln war strahlend. Ja, aber ich kann es nicht oft genug hören. So schön. Er strich über ihre Handfläche. Dann beugte er sich vor und drückte ihr einen Kuss auf die Haut. lang und feingledrig, stark. Er blickte wieder auf. Doch diesmal sah er in ihre Augen. Und da wurde es besser. Einen Herzschlag später hatte er seine Höhenangst und die Menschen um ihn herum vergessen. Und es hätte ihn nicht weniger kümmern können, dass sich die funkelnden Lichter unter ihm langsam drehten. Als er ihre Hand hielt und in das wundervolle Gesicht blickte, das ihn anstrahlte, trat alles in den Hintergrund. Ich liebe dich, sagte er und strich mit dem Daumen über ihren Polz. Niemand außer dir könnte mich dazu bringen. Wozu? Mich meine Angst vergessen zu lassen. Sie errötete. Ich wollte es nicht erwähnen, aber warum hast du nicht gesagt, dass du nicht schwindelfrei bist? Im Aufzug dachte ich, du würdest gleich umfallen. Wir hätten doch auch woanders hingehen können. Aber du wolltest hierher, als würde ich das nicht für dich in Kauf nehmen. Ich möchte, dass wir diesen Abend beide genießen. Er senkte die Lieder. Ich hatte ziemlich viel Spaß auf der Herfahrt und ich freue mich schon jetzt auf die Rückfahrt. Ihr Duft wallte auf und sie stieß etwas aus, das wie ein Schnurren klang. Später, viel später würde er sich an diesen Moment erinnern, daran, dass er nicht zu enden schien und sich ins Grenzenlose ausdehnte. Er würde sich an alle Details erinnern. Das Funkeln in ihren Augen, ihr schimmerndes Haar, die Art, wie sie ihn anlächelte und wie rot ihre Wangen dabei waren. Erinnerungen waren besonders deutlich, wenn sie das einzige waren, was einem von einer geliebten Person blieb. 34 Was ist los? Was bedeutet dieser Alarm? Leila war direkt hinter Cullen, als er in das Krankenzimmer seines Bruders stürzte und anfing Fragen zu stellen. Über seine Schulter hinweg sah sie Doc Jane am Bett stehen. Lucius lag flach auf dem Bauch. Sein Krankenhemd war bis auf die Hüfte heruntergerissen, die Laken weggeschoben, die Kissen über den Boden verteilt. Ein Apparat auf Rollen stand am Bett und Elena tippte darauf herum, während Doc Jane zwei Griffe nahm, die an spiralförmigen Kabeln hängen. Bereit, rief sie. Dann drückte sie die Dinge auf Lucius' Brust. Das Gerät machte ein komisches Geräusch. Dann gab es eine kleine Explosion auf dem Bett. Lucius' Oberkörper bäumte sich auf. Und immer noch schrillte der Alarm. Ein langgezogener Ton wie ein mechanischer Hilferuf. Lucius! schrie Korn. Lucius! Etwas sagte Layla, dass sie ihn zurückhalten musste. Sie umfasste seinen breiten Oberkörper von hinten und drückte ihren Bauch an seinen Rücken. Bleib zurück, sagte sie mit brüchiger Stimme. Lass sie! Bereit, rief Doc Jane. Das Bett wackelte, als Lucius' Oberkörper erneut nach oben schnellte. Und als er zurückfiel, klopfte auch Lailas Herz wie wild. Sie konnte nicht glauben, dass sie das schon wieder mit ansehen musste. Gestern Selina, heute piep, 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 Herz schlägt. Doc Jane legte die Griffe zurück auf die Station. Ich brauche Elina reagierte blitzschnell auf die Befehle von Doc Jane und reichte ihr eine aufgezogene Spritze nach der anderen, bevor sie Lucius eine Sauerstoffmaske aufsetzte und noch mehr Geräte anschloss. Zehn Minuten später, oder waren es Stunden, kam Doc Jane zu ihnen. Ich muss mit euch reden, sie nickte zur Tür. Draußen bitte. Auf dem Gang schloss Doc Jane eilig die Tür zu Lucius Zimmer, obwohl sie von selbst zufallen wollte. Cullen, ich habe keine Zeit, es dir schonend beizubringen. Ich kann seinen Blutdruck und seine Herzfrequenz nur mit Not stabilisieren. Und das wird nicht so bleiben. Wenn er überleben soll, muss ich ihm den Unterschenkel abnehmen. Und zwar sofort. Er stirbt sonst an seiner Infektion. Scheiße, selbst wenn ich unterhalb des Knies amputiere, ist es vielleicht schon zu spät. Aber wenn er eine Chance haben soll, muss ich es tun. Cullen blinzelte nicht, fluchte nicht, diskutierte nicht. Okay, nimm das verdammte Ding ab. Leila schloss die Augen und griff sich an den Hals. Okay, ich möchte, dass ihr draußen bleibt. Ihr müsst da drinnen nicht zusehen. Als Cullen den Mund öffnete, schnitt ihm Jane das Wort ab. Nein, kommt nicht in Frage. Sollte es soweit kommen, hole ich dich, damit du dich verabschieden kannst. Bleib hier draußen. Diesmal ging die Tür von allein zu und glitt ins Schloss. Leila musste die Augen schließen. Sie konnte sich nicht vorstellen, was da drinnen geschah. Es gab jede Menge medizinischer Instrumente da drinnen, als wäre Doc Jane auf diese Entwicklung vorbereitet gewesen. Und wenn man bedachte, wie schnell Cullen geantwortet hatte, galt das auch für ihn. Er bringt mich um, sagte er heiser, wenn er überlebt. Du hast keine Wahl. Ich könnte ihn sterben lassen. Käme dein Gewissen damit zurecht? Nein. Dann hast du keine Wahl. Sie bedeckte ihr Gesicht und versuchte das Bild von Lucius in seinem Bett zu vertreiben. Himmel, wie konnte es dazu kommen? Vielleicht sollte ich ihr sagen, dass sie aufhören soll. Und dann ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Sie standen eine Ewigkeit draußen im Flur und Lila versuchte nicht auf die Geräusche zu achten, die durch die Tür drangen. Besonders als ein hohes Surren einsetzte, das wie eine kleine Kettensäge klang. Während sie reglos an einem Fleck stand, lief Cohen auf und ab, den Kopf gesenkt, die Hände in den Hüften. Nach einer Weile blieb er stehen und sah sie an. Danke, dass du mich nicht allein damit lässt. Sie trat auf ihn zu und öffnete die Arme und er beugte sich hinab und legte den Kopf auf ihre Schulter. So hielt sie ihn im Arm, während sie warteten, weil das alles war, was sie tun konnten. Es fühlte sich nicht so an, als würde es genügen. Ungefähr zehn Blocks und fünfzehn Stockwerke vom Circle the World entfernt, stand Xor flach an eine schmierige Backsteinwand gepresst. Der Lesser, den er und Balthasar verfolgten, stand ein Stück weiter hinten links und der Gestank, der von ihm ausging, wehte mit einer Brise zu ihnen, die auch den Geruch von Industrie schlacke und Schutt mit sich trug. Xor juckte es in den Fingern. Was in der letzten Nacht mit Leila geschehen war, hatte Dämonen in ihm geweckt, die ihn vollkommen unausstehlich machten. Irgendwann im Laufe des Tages hatten ihn seine Soldaten im Keller allein gelassen. Lieber riskierten sie Sonnenschein, als sich mit seiner miesen Laune herumzuschlagen. Wenigstens stand ihm ein anständiger Kampf bevor. Auf sein Zeichen hin dematerialisierte sich Balthasar in den Schatten des Gebäudes auf der anderen Seite der feuchten Gasse. Es war eine klare Nacht, aber Mondschein war noch ihre geringste Sorge. Die Innenstadt von Caldwell war so hell erleuchtet, dass Xor hier unten in dieser schmalen Gasse ein Buch hätte lesen können, wäre er des Lesens mächtig gewesen. Dass sie sich in den Schatten hielten, war nicht nur einer der Mythen, die sich um Vampire rankten, sondern eine ziemlich vernünftige Maßnahme. Mit geübtem Schwung zog er die Sense aus dem Halfter auf seinem Rücken. Balthasar hingegen bevorzugte einen konventionellen Doppeldolch, dessen helle Klingen blitzten, als er in Angriffsposition ging. Schritte näherten sich. Schnell, aber nicht rennend. Mehrere Personen. Zwei junge Männer kamen die Gasse herunter, die Hände in den Taschen. Menschen. Sie achteten nicht auf Xor und Balthasar, als sie vorüber gingen. Deshalb durften sie ihr belangloses Leben weiterleben. Danach hieß es warten. Wieder Schritte, diesmal eine Person, deutlich langsamer, begleitet von dem Gestank, der den Untoten vorauseilte. Der Lässer kam um die Ecke. Auch er achtete nicht auf sie. Er hatte Geldscheine in den Händen, die ihn sehr zu beschäftigen schienen und die er immer wieder zählte, während er an ihnen vorbeiging. Xor trat hinter ihm aus dem Schatten. Wie viel haben sie dir dafür bezahlt, dass du ihnen einen geblasen hast? Der Lässer wirbelte herum und stopfte das Geld in einen ausgebeulten Mantel. Bevor er antworten konnte, sprang Balthasar aus seinem Versteck und fiel mit dem Dolch über ihn her. Der Jäger schrie, als die Klingen seine Schulter und den Hals aufschlitzten und bewies, dass diese Biester zwar weder Herz noch Seele hatten, wohl aber ein Nervensystem, das Schmerz registrierte. Doch dann begann der Kugel Hagel. Xo holte aus, bereit, seine geliebte Sense zu schwingen, sobald sich Balthasar zur Seite gerollt hatte, als er ein vertrautes Knallen hörte. Und dann noch eins. Und dann ging es richtig los. Die Schussfolge war zu schnell, sogar für einen Selbstlader. Die erste Kugel traf ihn in die Schulter, die zweite in den Oberschenkel, die dritte streifte sein Ohr und brannte, als hätte man ihm einen grellorangen Autoblinker an den Kopf gebunden. Auch Balthasar wurde getroffen. Sie hatten keine Wahl. Sie mussten rennen und beten. Waren das Menschen? Unwahrscheinlich, doch nicht ausgeschlossen. Jäger konnten es nicht sein. Sie waren so miserabel ausgestattet. Ihre schwersten Waffen waren 9 Millimeter. Und auch davon hatten sie nicht viele. Hastig duckten er und Balthasar sich in eine noch engere Gasse, wo sie vorübergehend aus der Schusslinie waren. Doch das würde sich ändern, sobald der Schütze oder die Schützen um die Ecke kamen. Links, rief Balthasar. Tatsächlich bot sich dort ein Ausweg aus dem Labyrinth und sie liefen die nächste Gasse runter. Ironischerweise vorbei an den Menschen, die vorher an ihnen vorübergeschlendert waren. Die jungen Männer rannten nun auch um ihr Leben, da sie den Lärm offensichtlich mitbekommen hatten. Doch sie waren um einiges langsamer. Daher boten sie einen nicht unwesentlichen Schutz, als das Maschinengewehr um die Kurve kam. Schreie aus tiefster Kehle und angsterfüllt halten durch die Nacht, als die nächste Salve kam und zum größten Teil von den Menschen geschluckt wurde. Längs, sagte Xor und bog ab. Sein Oberschenkel wurde taub. Aber er hatte nicht die Zeit an sich hinab zu blicken, um den Schaden einzuschätzen. Das würde er später tun. Vorausgesetzt er überlebte. Wieder zischte eine Kugel an seinem Ohr vorbei. So laut, dass ihr Pfeifen sein Schnaufen und das Donnern seiner Stiefel übertönte. Balthasar war direkt neben ihm. Auch er rannte so schnell er konnte. Weitere nicht übrig. Keine der Gassen, in die sie kamen, bot ein geeignetes Versteck. Sie stießen nicht einmal auf Türen, die man durchbrechen hätte können. Sie mussten einfach rennen, bis den Schützen die Munition ausgingen. Vorausgesetzt, sie wurden nicht vorher getroffen. Als die nächsten Schüsse fielen, wusste er auch ohne einen einzigen Blick über die Schulter, dass ihre Verfolger lässer waren. So schnell und über diese Strecke rannten nur Jäger und sie hatten die nötigen Kraftreserven, um weiter zu rennen. Möglicherweise, so dachte er bei sich, steckten er und sein Soldat in Schwierigkeiten. 35 Die Rechnung ist bereits beglichen. Truss ließ die Hand sinken, mit der er gerade sein Portemonnaie zücken wollte. Entschuldigen Sie, sie ist bereits beglichen. Der Kellner lächelte und verbeugte sich. Es war uns ein Vergnügen, sie bei uns zu haben. Himmel, hätte er nicht gewusst, dass dieser Kerl ein Mensch war, hätte er vermutet, dass ihnen ein Angehöriger aus der Belegschaft von Fritz gefolgt war. Der Service war den ganzen Abend über vorbildlich gewesen. Lassen Sie sich Zeit mit Ihrem Cappuccino. Truss sah Selena an. Sie hatte den Blick wieder auf die Scheibe gerichtet. Doch sie lächelte nicht. Ihr perfektes Profil war ernst. Er nahm ihre Hand und wurde plötzlich von Angst ergriffen. Ist alles in Ordnung? Verstohlen tastete er nach dem Handy in seiner Manteltasche. Oh ja, doch sie sah ihn nicht an. Die gedämpften Unterhaltungen um sie herum wurden leiser und die umhereilenden Kellner verschwanden aus seiner Peripherie. Selena, was ist los? Ich will nicht, dass es vorbei ist. Wir können wiederkommen. Ja, sie drückte seine Hand. Natürlich. Als sich das Restaurant weiterdrehte, kam die Flanke des Commodore wieder in Sicht. Einzelne Lichter brannten in dem großen Gebäude, auch ein paar im Penthouse. Anscheinend war Reef zu Hause. Trace sah auf den Cappuccino hinab, den er nicht angerührt hatte. Der Dampf, der aufstieg, duftete nach Zimt, von dem er nie ein Fan gewesen war. Er hatte den Kaffee nur bestellt, weil seine Königin nicht gehen wollte. Das war sehr lieb von ihnen, sagte sie leise, für das Essen zu zahlen. Darum werde ich mich kümmern, sobald ich solltest ihre Freundlichkeit annehmen. Trace suchte das, was von ihrem Körper zu sehen war, nach Anzeichen von Beschwerden ab, die einen schnellen Anruf bei Manny und Rach erforderten. Selina? Sie zuckte zusammen und sah ihn an. Entschuldige? Möchtest du noch ein Dessert bestellen? Nein. Sie drückte seine Hand erneut, bevor sie ihn losließ, ihre Serviette faltete und sie auf den Tisch legte. Wollen wir? Er sprang regelrecht auf, um ihr zu helfen, sodass die vier Stuhlbeine quietschend über den glänzenden Boden schabten. Hier, lass mich! Doch seine Königin erhob sich grazil von ihrem Platz. Ihre Bewegungen waren sicher und geschmeidig. Körperlich schien alles in Ordnung. Doch er spürte, wie niedergedrückt sie war. Auf dem Weg nach draußen folgten ihnen abermals die Blicke der Menschen. Sie tuschelten hinter vorgehaltenen Weingläsern und Servietten und versuchten, sie irgendwo in der Promisszene zu verorten. Es hatte etwas Befriedigendes, dass es ihnen nicht gelingen würde. Er öffnete die große Glastür für sie und als sie hindurchging, blieb sie kurz stehen und sah über die Schulter, als fürchtete sie, irgendein Detail des Abends zu vergessen, wie es hier ausgesehen, gerochen und geklungen hatte. Wir können jederzeit wiederkommen, wiederholte er. Oh ja. Sie lächelte ihn an und ging durch den marmordenen Vorraum auf den Aufzug zu. Er überholte sie und forderte den Aufzug an. Dann stand er neben ihr und legte ihr die Hand auf den Rücken. Was möchtest du als nächstes tun? fragte er. Du meinst heute? Ich bin ziemlich müde. Nein, morgen. Sie sah ihn von der Seite an. Ich na komm schon, nenn mir das nächste Ziel, damit ich bei Sonnenuntergang alles vorbereitet habe. Die Aufzugtüren öffneten sich und er drängte sie hinein. Vollkommen konzentriert auf sie, sodass er die schreckliche Glaswand kaum registrierte, die sich zur Lobby hin öffnete. Er drückte den Knopf für die Lobby und streichelte über Selenas Schulter. Und? Als sie nicht antwortete, küsste er sie seitlich auf den Hals. Das war nicht unsere letzte Nacht. Woher weißt du das? Sie sah ihn an. Ich will uns den Abend nicht verderben. Aber woher willst du das wissen? Weil ich es nicht zulasse. Er drehte sie so, dass sie ihn ansah und sich seine Hüften an sie drängten. Dann begab er sich mit den Lippen auf Lippen mit ihr. Es sei denn, du hast genug von mir oder meine Höhenangst stößt dich zu sehr ab. Ihre Augen schienen sehr blau und sehr ängstlich, als sie ihn ansah. Boot! Wie bitte? fragte er verblüfft. Ich möchte eine Bootsfahrt auf dem Fluss machen. Schnell oder langsam. Beides? Geht klar. Einfach so? flüsterte sie. Kannst du mir den jeden Wunsch erfüllen? Er legte die Lippen an ihr Ohr und flüsterte. Komm mit auf mein Zimmer, dann zeige ich dir, wie talentiert ich bin. Als sich ihr Geruch veränderte, knabberte er an ihrem Ohr, küßte ihren Hals, strich über ihre Schlagader. Das war natürlich nicht ganz fair, aber er wollte sie ablenken. Natürlich konnte er ihr nicht garantieren, wie es ihr in der nächsten Nacht oder auch nur zur Morgendämmerung gehen würde. Aber sie brauchten die Illusion, alle Zeit der Welt zu haben, um ihr Schicksal auszublenden. So wie sie die unsterblichen Erinnerungen brauchten. Während er sie in den Armen hielt und küsste, holte er unauffällig sein Handy raus und hielt es hinter ihrem Rücken hoch. Die SMS an Manny und Rage war kurz und knapp. Fahren heim. Danke. Der Fahrstuhl kam sicher in der Lobby zum Stehen. Durch die Küsserei hatte er sich auch selbst erfolgreich abgelenkt. Dann traten sie aus dem Gebäude in die kalte stürmische Herbstnacht. Fritz stand auf der anderen Straßenseite und fuhr vor, sobald er sie sah. Tress wartete nicht, bis der Butler ausstieg und ihnen die Türen aufhielt. Das wollte er selbst für Selina tun. Doch als sie sich ins warme Wagen innere gleiten ließ, hörte er das letzte Geräusch, das er in ihrer Gegenwart hören wollte. Peng, 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 Schüsse. Verflucht! Truss sprang zu ihr in die Limousine und beugte sich zwischen den Vordersitzen hindurch. Dreh um, schaff uns hier raus! Fritz zögerte keine Sekunde. Schwungvoll legte er den und trat so fest aufs Gas, dass Truss fast gegen den Rückspiegel geknallt wäre. Er erholte sich schnell und warf sich schützend über Selina, um sie anzuschnallen. Er zerrte den Gurt aus der Halterung und schaffte es gerade noch, die Schnalle einrasten zu lassen, bevor ihn die Zentrifugalkraft von ihr fort auf die andere Seite der Rückbank riss, dass ihm der Kopf dröhnte, aber das war ihm egal. Er stemmte die Beine gegen die Radkästen und die Hände gegen Dach und Türrahmen, um nicht gegen Selina gepresst zu werden, während sie ihre halsbrecherische Wendung vollzogen und endlich in die richtige Richtung standen. Mit der Schnauze voraus entgegen der Einbahnstraße, durch die sie gekommen waren. Fahren wir, übertönte Fritz das Quietschen der Reifen. Das Heulen des S600 und der Satz, mit dem er losfuhr, erinnerten Tress an den Start eines Flugzeugs. Während er in den Sitz gepresst wurde, sah er zu Selene hinüber. Ihre Augen waren groß. Was war das? Was war da los? Die Gebäude rechts und links der dreispurigen Straße waren aus Stahl und Glas und hellem Beton und flogen immer schneller an ihnen vorbei. Truss warf einen Blick auf die Straße vor ihnen, wo ihnen die Kühlergrills der parkenden Autos wie missbelingende Eltern entgegenblickten, weil sie in die falsche Richtung fuhren. Nichts, schrie er über den Lärm. Ich kann es nur nicht erwarten, dich nackt auszuziehen. Selenas Brauen wanderten noch höher. Truss, ich habe etwas gehört, weil ich dich unbedingt haben muss. Es hat wie ein Schuss geklungen. Sie schrien beide über den Motorenlärm hin und her, während Fritz wie ein Geistesgestörter vor den Kugeln floh. Und dann wurde es richtig lustig. Sie waren ungefähr zwei Blocks weit gekommen, als vor ihnen Streifenwagen erschienen. Doch im Gegensatz zu ihnen fuhr die blinkende Kolonne in die erlaubte Richtung. Bedauere, ich muss auf den Gehweg ausweichen, rief Fritz. Es wird nur einen kleinen Ruck. Dieser völlig durchgeknallte Butler riss das Lenkrad nach links und bretterte über die Bordsteinkante, wobei er einen Hydranten streifte, der prompt hinter ihnen barst und eine Fontäne ausstieß. Und dann gütiger Himmel landete der Bärns wie ein Gentleman und fing den harten Aufprall mit seinen überragenden Stoßdämpfern ab. Truss verrenkte sich den Hals und blickte zur Heckscheibe raus. Ein paar Streifenwagen scherten aus den Reihen aus, um ihnen zu folgen, während Fritz einige Zeitungskästen mitnahm, die durch die Luft segelten und zerbrachen, als sie auf den Asphalt prallten. Zeitungen flatterten in die Höhe, wie Tauben, die man aus ihren Käfigen entlassen hatte. Nervös wandte er sich Selena zu und überlegte, wie er ihr die Angst nehmen. Doch das war gar nicht nötig. Selena war begeistert. Ihre Fänge blitzten, weil sie so breit grinste und sich lachend an der Tür festhielt. Schneller feuerte sie Fritz an. Fahr schneller, ganz wie ihr wünscht, my lady. Mit einem erneuten Aufheulen deutscher Ingenieurkunst unter der Motorhaube preschten sie nicht nur den Gehweg entlang, sondern bis an den Rand der Regeln der Physik. Selena sah ihn an. Das ist die beste Nacht aller Zeiten. Okay, fahren wir. Raid schnickte Manny zu. Ich frage mich, was sie gegessen haben. Er warf noch einen Blick auf sein Handy und wünschte, er wäre wirklich zu diesem Steakhouse gegangen. Doch diesen Quatsch hatte er nur erzählt, um Trust zu beruhigen. Er sagt weder, was sie als Vorspeise hatten, noch was es zum Dessert gab. Ich finde, er hätte uns ein paar Details nennen können. Er hat sich sehr kurz gefasst mit diesen fünf Worten. Genau genommen waren es drei. Sag ich doch. Die Nacho Chips hatten nur kurz vorgehalten, aber das war bei einem dreigängigen Menü manchmal auch nicht anders. Manny legte den Gang ein und fuhr los. Das Rettungsfahrzeug holperte durch ein Schlagloch und gewann an Fahrt. Wir sollten uns beeilen. Fritz ist ein Raser. Vielleicht hatten sie das Roast Beef. Ich habe mal in einer Sendung gesehen, wie sie es da oben zubereiten. Rums! Als sie eine Kreuzung im Gewirr der Gassen überfuhren, sprang ihnen etwas Großes vor den Kühler und prallte von der Motorhaube ab. Manny trat auf die Bremse und das monsterhafte Ding rollte herunter. Was war das? Ein Hirsch? rief der Arzt. Wohl eher ein Elch. Rach packte seine Pistolen und wollte aus dem Wagen springen, als der Kugelhagel begann. Die Einschläge produzierten hohe metallische Geräusche auf der Karosserie und verwandelten die dicke Scheibe in ein Spinnennetz. Mann, verdammt! presste Manny hervor. Dann schrie er die Schützen durch die Windschutzscheibe an. Das Ding ist ganz neu! Rach fasste nach dem Türgriff, doch die Tür ging nicht auf. Lass mich raus! Ping, ping, ping! Vergiss es, du bringst dich um! Wir sitzen hier wie auf dem Präsentierteller. Tun wir nicht! Auf einmal senkte sich das Rettungsmobil um zehn Zentimeter und Metallplatten fuhren vor den Scheiben herunter. Sofort wurde das Gewehrfeuer zu einer entfernten Snaridium gedämpft. Rach sah Manny an. Du bist ein Genie! Nicht ich! Harold Ramis! Wie bitte? Kennst du Ich glaub mich knutscht ein Elch? Das Ding hier ist inspiriert von A50 Der Karre die Bill Murray fährt. Wusste ich's doch dass ich dich mag. Rach warf einen schnellen Blick auf sein Handy. Es waren keine Brüder in der Nähe und das war gut bei so viel Feuerkraft. Es gibt nur ein Problem. Wir können hier nicht einfach stehen bleiben. Die Polizei wird bald. Eine LED-Anzeige von der Größe eines Fernsehers stieg senkrecht aus dem Armaturenbrett empor und schob sich vor die gepanzerte Windschutzscheibe. Sie zeigte ein grünes Abbild der Straße vor ihnen in HD, sodass sie ein ziemlich gutes Bild von den beiden Schützen bekamen, als sie ins Licht der Scheinwerfer rannten. Sie trugen lange Gewehre, AKs, soweit Rage das erkennen konnte. Die Schüsse blitzten hell vor den Mündungen, während sie unermüdlich schossen. Sie rannten an Mannys Panzer vorbei, ohne stehen zu bleiben. Das sind Lesser, murmelte Rage. Sie sind zu schnell für Menschen. Außerdem sind nur Lesser so dämlich, einen solchen Lärm zu veranstalten. Lass mich raus! Du läufst ihnen nicht nach! Rage schlangte über die Mittelkonsole, packte Manny am Kragen und zerrte ihn in den Gang zwischen den Sitzen. Lass mich raus! Manny sah ihm in die Augen, fluchte. Das überlebst du nicht! Doch! Wie kannst du dir da so sicher sein! Ich beherrsche ein paar Tricks! Er nickte zum Fenster. Lass es einen Spalt breit runter! Dann kann ich durch die Ritzen zwischen den Panzerplatten raus! Es sei denn, du hast da irgendwo ein Stahlgitter drin! Manny murmelte alle möglichen Verwünschungen vor sich hin. Doch er drückte den Fensterknopf und ließ die Scheibe neben Rage ein kleines Stück herunter. Steig aufs Gas, sobald ich weg bin, befahl Rage. Du musst an Truss dranbleiben. Kein Witz! Er schloss die Augen, konzentrierte sich und dematerialisierte sich aus dem Wagen Inneren, nahm neben dem Gefährt Gestalt an und schlug gegen die Tür. Die Schützen waren an ihnen vorbeigelaufen, auf der Jagd nach ihren Opfern. Besser konnte seine Position nicht sein. Als der Motor unter dem Metallhaufen aufheulte und Mannys rollende Klinik anfuhr, lief er los. Der Gestank, der in der Luft hing, bestätigte seine Vermutung. Es waren Lesser mit extrem teurem Spielzeug. So etwas hatten sie seit langem nicht zu Gesicht bekommen. Nicht seitdem dieses Arschloch von Lash Hauptlässer gewesen war. Er schwang die Beine, die Pistolen fest umfasst und näherte sich den Jägern, als hinter ihm Sirenen aufheulten. Scheinwerfer erfassten ihn von hinten. Und das war gar nicht gut. Mit den zwei Selbstladern in den Händen mussten sie denken, dass er hier die Probleme verursachte, statt sie zu lösen. Und dann halte auch schon die Lautsprecheransage durch die Gasse. Halt! Polizei! Stehenbleiben oder wir schießen! Ach, verdammt! Menschen! Diese ewigen Spielverderber! war!